Ja, wir sind jetzt hier auf der Auerzburg. Wir sind auf der Auerzburg im Biosphären-Bestraservat und spielen hier unsere wundervollen Instrumente. Ja, ich habe hier mein Spezialinstrument. Er nennt sich Christian. Und ich habe eine wundervolle Therapie, Pentonia. Und die Burggeister freuen sich ganz besonders über unsere Klänge. Ja, wir genießen hier die wunderschöne Aussicht und beklingen die Natur. Kommt und besucht uns in der Manufaktur und macht noch eine wunderschöne Wanderung auf die Auerzburg. Ja. 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 Ja.